Grüß dich, Junge! Mit Schwung und Spaß ins Badeabenteuer eintauchen, die Seele baumeln lassen und mit echten Humboldt-Pinguinen um die Wette schwimmen. Diese außergewöhnlichen Erlebnisse ermöglicht die Spreewelten GmbH in Lübbenau kleinen und großen Besuchern aus ganz Deutschland und dient somit seit 2007 als touristischer Leuchtturm für die Region. Denn die Spreewald-typische Atmosphäre lockt inzwischen jährlich mehr als 310.000 unternehmensfreudige Gäste in das Spreewelten-Ressort, bestehend aus Hotel-, Saunalandschaft- und Freizeitbahn. Und die Bedeutung ist ja nicht nur im Sommer da, also in den Ferien, sondern auch im Winter, sodass wir wirklich ganzjährig eine tolle Attraktion haben. Und wir schaffen damit Übernachtungsgäste, nicht nur für unser eigenes Hotel, sondern eigentlich auch für Lübbenau und für die gesamte Region. Und ja, eine tolle Möglichkeit, sich hier zu vergnügen und das stärkt den Tourismus ungemein für Lübbenau und den Spreewald. Ein besonderes und europaweit einzigartiges Highlight sind die kleinen schwarz-weißen Lieblinge, mit denen die Besucher gemeinsam abtauchen und auf Tuchfühlung gehen können. Insgesamt 34 Pinguine inklusive eigenem Nachwuchs leben derzeit auf der großen, artgerechten Anlage und werden von einem Team aus Tierpflegern liebevoll umsorgt. Nicht nur der Besuch, sondern auch die Arbeit der insgesamt 124 Mitarbeiter und 14 Auszubildenden wird hier zur Attraktion. Sie macht ganz einfach Spaß und Pinguine geben es einem wieder. Ich komme gerne auf Arbeit, weil wenn ich dann alle gesehen habe, dass alle auch da sind und es allen gut geht, es ist einfach ein Traumjob, den ich gerne mache. Während die Jüngsten auf dem Trockenspielplatz dem Schauspiel der Humboldt-Pinguine folgen oder im Kleinkindbecken das Steuer in die Hand und auf Abenteuerreise gehen können, kommen Erwachsene in der Saunalandschaft auf ihre Kosten. Die 14 Themensaunen sowie das 360-Grad-Thermalbecken ermöglichen eine Wohltat für Körper, Geist und Seele. Das Wellenbecken, der Strömungskanal sowie die interaktiven, individuell programmierbaren Rutschen runden das vielseitige Angebot ab. Pinguine beobachten, rutschen. Der wunderschöne Spielplatz, der Indoor-Spielplatz ist natürlich sagenhaft. Einfach Spaß, Freude. K.O. Ein perfekter Ort zum Ausklang des aktionsreichen Tages bietet das Hotel mit seinen 60 Zimmern, das bequem über den Bademantelgang erreicht werden kann. Für den kulinarischen Genuss ist zudem mit regionalen Produkten im urich modernen Restaurant sowie in der Gutshausbar gesorgt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 K.O. K.O. Vielen Dank.